Ich habe Zugang zu Wanda Dynamics Closed Beta und wenn du wissen willst, wie du das hier machen kannst oder vielleicht das hier, dann solltest du auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben und damit herzlich willkommen bei... Als erstes gehen wir auf die Seite WandaDynamics.com. Du siehst hier schon, du hast hier eine kleine Übersicht, was du alles hier machen kannst. Du hast es gerade schon im Intro gesehen, wie das Ganze funktioniert bzw. was diese App kann. Aktuell ist es eine geschlossene Beta. Du kannst dich aber für einen Zugang anmelden, indem du einfach hier oben rechts auf Open App gehst. Ich bin jetzt natürlich eingeloggt. Du solltest dann die Möglichkeit haben, einen Account zu erstellen. Wenn du diesen Account erstellt hast, wird dir ein Hinweis gezeigt, dass es sich noch um eine geschlossene Beta handelt und du kannst deine Daten angeben in einem ganz normalen Formular, um einen Zugang anzufragen. Ich habe bereits den Zugang bekommen und ich möchte einfach zeigen, wie geil dieses Tool wirklich ist. Du siehst hier unten, bearbeiten schon zwei Videos. Das ist mein Intro. Quasi machen wir einen kleinen Zeitsprung hier gerade. Und das Video, der dritte Part von dem Intro Video, den erstellen wir jetzt hier gemeinsam und zwar mit Sam. Wir schauen uns erstmal die Oberfläche an. Du hast hier auf der linken Seite Home, My Projects, Templates und My Assets. Unten siehst du nochmal eine Closed Beta Balance. Du siehst hier, in der Closed Beta ist es gestattet, sieben Minuten Content zu erstellen und sieben Charaktere selber hochzuladen. Das erhöht sich monatlich und wird dann, denke ich mal, in einem, wie du schon hier siehst, Paid Plan enden, so dass du dann auch Geld bezahlen musst. Ich kann leider noch nichts dazu sagen, wie teuer das Ganze wird. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Wenn du den Zugang hast, du bist hier angemeldet und möchtest ein Video erstellen, dann machst du folgendes. Du gehst hier auf Create New Projects. Du siehst hier schon, du kannst Live Action Easy oder Live Action Advanced machen. Hier ist der Unterschied Automatically animate light and compose CG Characters into Live Action Scene. Also er macht alles automatisch. Bei Advanced, hier wird auch alles automatisch erstellt, aber du hast mehr Möglichkeiten, das Ganze dann noch nachzubearbeiten. Wir gehen einfach mal in die Easy Action rein, drücken hier auf Continue und schon öffnet sich unser Fenster. Was machen wir als erstes? Als erstes hast du hier auf der linken Seite deine Uploads. Du kannst deine Videos hier hochladen. Eine Library, also eine eigene Bibliothek wird noch kommen und My Assets siehst du hier. Das sind halt Sachen, die ich schon hochgeladen habe. Du nimmst einfach die ganze Sache, ziehst das hier rüber und du siehst, hier unten hast du dann eine Timeline, wo dein Video hier hinterlegt ist. Du hast dann hier nochmal die Möglichkeit, deinen Clip anzupassen, rein zu zoomen, raus zu zoomen. Du siehst es hier nochmal, um die Arbeitsfläche hier ein bisschen zu vergrößern. Du kannst hier Play, Pause machen, um nochmal reinzuhören, ob alles so passt. Du kannst dir die Lautstärke einstellen. Du hast die Möglichkeiten, hier noch Sachen ein- und auszublenden, um mehr Arbeitsfläche zu haben, was ich übrigens sehr, sehr cool finde. Und du kannst im Vollbild dir das Ganze nochmal anschauen. Hier kannst du den Zoom einstellen, Fit 200%, so weiter. Wir machen einfach Fit, sodass es hier reinpasst. Jetzt kommen wir zum spannendsten Teil und zwar hier auf der rechten Seite. Hier siehst du, welche Charaktere bzw. CG-Modelle es schon gibt. Hier unten siehst du überall, wo Zoom dran steht, dass diese noch entwickelt werden und demnächst kommen. Aber ich denke, du hast hier schon eine coole Auswahl und außerdem kannst du auch ein eigenes Modell hochladen. Ich habe bereits den Professor und Toaster-Bot erstellt und als letzten möchte ich Sam haben. Du siehst jetzt hier Sam Assigned. Da steht, this button can be used in the actor's step. Okay, also wir möchten Sam, das heißt wir gehen auf Next hier oben und dann sagt er Choose Actors, Scan Frame for Actors. Das heißt, das Tool scannt jetzt automatisch, wo sich der Actor befindet. Und du siehst, er erkennt hier meinen Ventilator als Actor. Den nehmen wir natürlich nicht, sondern wir wählen mich jetzt aus. In deinem Fall natürlich dann dich. Und du kannst jetzt einfach hier draufklicken, wählst jetzt Sam aus und dann siehst du hier oben schon Actor 1, dass er hier hinterlegt ist. Du klickst jetzt einfach nur auf Next und hast hier nochmal ein paar Auswahlmöglichkeiten. Wir nehmen 1080p, MP4 und dann hast du hier nochmal AI Mocap exportieren, eine Clean Plate rendern, die Alpha Masken rendern, die Blender Szene rendern. Später kommen dann noch Sachen dazu wie der Kamera Track und der Character Pass. Ich lasse das einfach alles so wie es ist, da ich jetzt nicht weiter bearbeiten möchte in anderen 3D Tools, sondern ich möchte das Ganze ja jetzt für YouTube nutzen. Also klicken wir hier auf Start Processing. Und du siehst, jetzt sind hier, wie gesagt, kleiner Zeitsprung, 3 Sachen gleichzeitig in der Pipeline. Ich werde, sobald diese Sachen fertig sind, dann einfach hier auf Download gehen, was jetzt hier noch nicht zur Verfügung steht. Passe die dann in Premiere Pro an, erstelle ein paar Schnitte, so dass du das Intro, was du jetzt schon gesehen hast, dann fertig ist. Das ist wichtig. Ich möchte noch ganz kurz was loswerden für die Zukunft, was diesen Kanal betrifft. Und zwar habe ich mich dazu entschieden. Ich möchte für dich die größte Plattform hier auf YouTube werden im deutschsprachigen Raum zum Thema KI. Du kannst mich dabei völlig kostenlos unterstützen, indem du dieses Video likst, ein Abo dalässt und einen Kommentar verfasst. Ich werde auch immer am Ende jedes Tutorials ein, zwei, vielleicht sogar auch mal drei Beispiele nennen, wie du eine bestimmte KI, die ich in dem Video dann vorstelle, nutzen kannst, um damit Geld zu verdienen. Das sind alles nur Ideen. Du kannst die umsetzen, du kannst es aber auch lassen. Ich habe dir jetzt gezeigt, wie du einfach mit den Vorgaben und einem eigenen Video das Ganze jetzt hier erstellen kannst. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass du ja auch einen eigenen Charakter hochladen kannst. Dafür gibt es ja verschiedene Tools, wie zum Beispiel Blender oder Maya. Das sind 3D-Tools, wo es unendlich viele Tutorials gibt, wie man solche Sachen selber erstellen kann. Und ich möchte dir jetzt einfach mal zeigen, was du beachten musst, wenn du einen eigenen Charakter erstellst und diesen hier nutzen möchtest. Und zwar gehst du einfach hier unten auf der linken Seite bei Character Creation Guidelines rein. Und dann öffnet sich dieses Fenster hier und du siehst schon Wonder Dynamics Character Creation Guidelines. Also, was musst du beachten? Du siehst jetzt hier zum Beispiel Resources, Requirements und Additional Documentation. Also, hier hast du die Ressourcen. Du hast zum Beispiel hier für den Blender-Scene ein Beispiel, also ein Beispiel. Das gleiche hast du hier nochmal für Maya. Wichtig ist bei Maya, hier gibt es nochmal ein Export-Script, da sich das hier nochmal ein bisschen von Blender unterscheidet. Dann hast du hier unten die Anforderungen. Und zwar siehst du wirklich bis ins Detail, wie groß darf es sein, wie viele Dateien dürfen es sein, welche Formate werden unterstützt, wie groß die Texturen sein dürfen und so weiter. Da musst du, je nachdem wie du das erstellen möchtest, dich selber einmal reinfuchsen und dir das Ganze mal in Ruhe anschauen. Wenn du das gemacht hast und du klickst hier auf Create New Project, dann kannst du einfach hier auf der rechten Seite auf das Plus gehen, einen Charakternamen eingeben, wir nennen ihn jetzt mal 1, 2, 3, auf Create klicken und hier dann deine Sachen hochladen. Ich habe jetzt keinen Charakter erstellt, weil ich einfach kein Profi bin in 3D-Programmen, um da was eigenes erstellen zu können. Deswegen kann ich dir das hier nicht zeigen, aber du siehst auf jeden Fall, hier wirst du Step-by-Step durchgeführt, wie das Ganze funktioniert und hast dann damit deinen eigenen Charakter. Fazit zu Wonder Studio. Wonder Studio ist meiner Meinung nach ein perfektes Tool und man sieht, wie hochentwickelt die KIs mittlerweile sind und man aus einfachen Videoaufnahmen CGIs erstellen kann und damit viel schneller und viel, viel einfacher VFX-Szenen erstellen kann und vielleicht sogar richtig gute animierte Filme machen kann. Wie sich das Ganze entwickelt, das werden wir sehen auf jeden Fall. Ich bleibe natürlich dran für dich. Und was wäre hier meine Idee? Meine Idee wäre hier, einfach das zu nutzen, um Shorts zu machen. Sehr cooler Idee vielleicht. Du kannst Storytelling betreiben, du kannst alles Mögliche in dem Bereich machen, wo du vielleicht dich selber nicht zeigen möchtest und diese CGI nutzen, um vielleicht auch einen eigenen Charakter zu erstellen und damit deinen Content zu machen. Ich finde das Tool extrem wertvoll, extrem gut. Wenn du das genauso siehst, like dieses Video, lass einen Kommentar da und wir sehen uns wie immer. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.